Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Vater unser, danke wieder für all deine Liebe, all deinem Vertrauen, all deiner Güte, all deiner Zuversicht und all deiner Gewissheit. Jeden Tag aufs Neue werde ich erinnert, über diese Welt hinaus zu schauen, hinweg über diesen Körper, über Zeit und Raum. Jeden Tag will ich erneut meine Liebe geben, mein Vertrauen schenken und all meinen Frieden ausdehnen für die heilige Beziehung, für den heiligen Augenblick. Jetzt. Vater, ich bitte um Hilfe. Hilf mir, mein Herz offen zu halten, meinen Geist auszudehnen und Wunder in mein Leben einzuladen. Ich will all mein Licht und all meine Liebe über diesen Traum hinaus erstrahlen lassen, mich tiefer im Geben und Empfangen üben. In Heiligkeit und Herrlichkeit eile ich dir entgegen, hinein in deine offenen Arme, um in deinem Schoß zu ruhen. Vater, du bist mein Ziel, du allein. Dir will ich folgen. Dich will ich lieben und endlich anerkennen. Jetzt trete ich zurück. Die Erinnerung ist da. Still verneige ich mich vor dir. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Amen.